Web-Authentizierung am Beispiel der HTTP-Digest-Authentication. Ähnlich zu HTTP-Basic wird bei HTTP-Digest auch ein ganz normaler HTTP-Request vom Webbrowser an den Web-Server gesendet, um eine geschützte Web-Ressource abzufragen. Hier im Beispiel wird ein klassischer HTTP-Get-Request gesendet, um die sichere Ressource, also die Ressource mit der URI, sichere Ressource abzufragen. Der Web-Server hingegen antwortet mit einem HTTP-Response und dem Status-Code 401, um anzuzeigen, dass diese Ressource eine Authentifizierung benötigt. Zusätzlich gibt er eben den www.authenticate-Header an, hier die Methode Digest. Ebenfalls wie bei Basic wird ein Realm angegeben, der hier gesicherter Bereich heißt. Und ganz wichtig, es wird auch als weiterer Parameter eine sogenannte Nonze angegeben. Das ist eine Zufallszahl, die am Server erzeugt wird. Für jede Anfrage eben, die unautorisiert ist, wird einmalig so eine Nonze zufällig erzeugt. Eine Nonze ist eine Abkürzung und bedeutet Number Used Only Once. Und diese spielt noch eine sehr wesentliche und wichtige Rolle in der Digest-Authentifizierung. Identisch zu HTTP-Basic wird auch bei der Digest-Methode am Webbrowser ein Pop-Up geöffnet, das die Benutzerin auffordert, Username und Passwort einzutragen. Dieses eingetragene Passwort wird jedoch nicht wie bei Basic einfach im Klartext quasi an den Server gesendet, sondern es wird nach einem fix vorgegebenen Schema ein Hash-Wert erzeugt. Dieser Hash-Wert sieht folgendermaßen aus. Es werden erstmalig zwei Zwischen-Hash-Werte erzeugt, H1 und H2. H1 besteht aus Username, Doppelpunkt, Realm, Doppelpunkt, Passwort, ein konkretenierter String. Aus diesem String wird ein MD5-Hash-Wert erzeugt. Ein zweiter Zwischen-Hash-Code, HA2, wird gebildet aus der HTTP-Request-Methode, Doppelpunkt, HTTP-Request-URI. Diese beiden werden auch konkateniert und daraus wird der MD5-Hash erzeugt. Aus diesen beiden Zwischen-Hash-Werten, H1 und H2, wird ein endgültiger Hash-Wert erzeugt, der konkateniert wird aus H1, Doppelpunkt, Nonze und H2. Also diese Nonze, diese Zufallszahl, die vom Server an den Client gesendet wurde. Und dieser Response, der hier erzeugt wird, das ist letztlich dieses Ergebnis dieser Hash-Operation, also diesen zusammengesetzten Hash-Operationen, durch diese Nonze wird dieser auch für jedes Mal, wenn diese sichere Ressource vom Client, vom selben Client quasi, mit selben Username, Passwort angefragt wird, immer ein anderer Hash erzeugt, da der Server immer eine andere Nonze sendet. Das ist eine ganz wichtige Sicherheitseigenschaft dieser Digest-Methode. Schauen wir uns das noch ein wenig konkreter an. Am Beispiel hat eben die Benutzerin mit dem Username User123 für den Realm gesicherter Bereich und mit dem Passwort, Passwort123, diesen ersten Teil-Hash gebildet. Die Ressource, die angefragt wurde, wurde mit dem HTTP-GET angefragt und eben die URI dieser Ressource ist sichere Ressource. Daraus wird der HA2-Zwischen-Hash gebildet und letztlich wird eben aus diesem ersten Hash und der Nonze und dem zweiten Hash der letztlich gültige Hash erzeugt, der dann an den Server gesendet wird. Hier am Beispiel ist dieser Hash 34AE56 und folgende. Nachdem im Browser dieser Hash erzeugt wurde, wird er eben an den Server gesendet. Vielleicht noch als wichtige Anmerkung, diese Funktion ist in den Browser eingebaut. Also das ist nicht etwas, was über JavaScript oder Sonstiges abgewickelt werden muss, sondern das ist direkt im Webbrowser und als Teil des HTTP-Protokolls implementiert. Und nachdem dieser Hash eben erzeugt wurde, sendet der Webbrowser seinen HTTP-Request mit diesem Authorization-Header, gibt auch die Digest-Authentifizierungsmethode an und gibt alle weiteren Parameter, die vom Server an den Client gesendet wurden, auch wieder als Schlüsselwertbare an. Hier Realm und Nonze und als wichtiger weiterer Parameter eben dieser Response, der diesen Hash enthält aus all den Operationen, die wir schon besprochen haben. Wenn jetzt dieser Hash an den Server gesendet wird, wird am Server genau derselbe Hashwert erzeugt, weil am Server liegt ja auch die Nonze vor, beziehungsweise der Username und Passwort und wenn diese beiden Hashes übereinstimmen, ist quasi die Authentifizierung erfolgreich durchgeführt worden. Fassen wir die Methode zusammen. Im Gegensatz zu HTTP-Basic wird bei dieser Methode Username und Passwort nicht im Klartext übertragen, sondern als Hashwert. Zusätzlich wird eben vom Server eine Nonze, eine Number Used Only Once, an den Client gesendet und der Client nutzt diese Nonze, um eben diese in den letzten Hash, der erzeugt wurde, aus Username und Passwort zu integrieren. Da diese Nonze sich ständig ändert, können keine Replay-Attacken gestartet werden. Das heißt, der Hash für diese Authentifizierung ändert sich stetig und ein Angreifer, der quasi den HTTP-Verkehr abhört, könnte nicht einfach diesen Response, der generierte Hash-Response, nochmalig senden, um eben einen anderen HTTP-Request auszuführen. Zusätzlich ist es so, dass natürlich für Username-Passwort-Kombinationen sogenannte Rainbow-Tables existieren, die eben die Hash-Werte für diese ganzen möglichen erzeugten Hash-Werte vorhalten von gängigen Username-Passwort-Kombinationen. Durch die Verwendung dieser Nonze kann eben auch diese Chosen-Plain-Text-Attacke nicht durchgeführt werden oder schwerer durchgeführt werden. Weitere Nachteile sind, dass HTTP-Digest keinen Schutz vor Man-in-the-Mittel-Attacken liefert. Das heißt, man stelle sich vor, es gibt einen Man-in-the-Mittel, der zwischen Client und Server sitzt. Wenn jetzt der Server an den Client den 401-HTTP-Response sendet mit der Nonze, könnte der Server, oder der Man-in-the-Mittel, die HTTP-Digest-Methode in eine HTTP-Basic-Methode umwandeln und an den Client weiterreichen. Der Client merkt dies nicht, gibt Username-Passwort ein und es wird ein HTTP-Basic-Response quasi, also vom Client ein neuer Request quasi erzeugt, der Username-Passwort mit HTTP-Basic verschlüsselt. Der Man-in-the-Mittel könnte dann aus diesem HTTP-Basic ein HTTP-Digest erzeugen und an den Server senden. Und so könnte er die gesamte Kommunikation quasi abfangen, dem Client vorgaukeln, dass es eben sich um HTTP-Basic handelt und an den Server aber gültige HTTP-Digest-Nachrichten senden. Weiterer Nachteil, der auch bei HTTP-Basic vorherrscht, dass dieses Login-User-Face in keinster Weise gestaltet werden kann. Das HTTP-Digest-Protokoll wurde auch in weiteren RFCs erweitert und die Sicherheitseigenschaften wurden verbessert. Hier gibt es unterschiedliche Aspekte, die noch hinzugefügt wurden, zum Beispiel auch eine Client-Nonze oder eben die Möglichkeit, dass man die Hash-Funktion verändern kann. Das heißt, nicht nur MD5 anbieten, sondern eben auch SHA-256, weil es ist ja bekannt, dass MD5 nicht mehr eine sichere Hash-Funktion darstellt.